Geh, ich sollte langsam Mana ziehen. Ja, Mana wär jetzt schon cool. Bei dir. Oh, au 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 au. Ding. Hier merkt man wenigstens noch die Putze jetzt vorausstehenden Typen mal. Hey, hab ich mir das Ding ohne Kugel? Oh, fu, jetzt hab ich das! Ja, 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 was meinte ich mit den Akkursen, da müsst ihr eigentlich vergehen, he, he, he. Hab ja gesagt, den kriegt er, he, he, he. Ja, war mit Ansage. Aber ich find's gar nicht immer so schlimm, kann ich einfach oft sagen. Oh, yeah. Ja, da hab ich ihn schon wieder. Ja, jetzt hab ich den Scheiß wieder, naja, besser ich als du. Obwohl, eigentlich spielt's keine Rolle, es geht alles gut. Ja, außer wenn er nur noch einen Millimeter hat, kannst du keine. Hä, was? Was, wenn, wenn, was? Verrecken kann ich dann? Vergiss es. Ich lass dich verrecken. Hahaha. Oh, diese Felsen hier. Oh, Trümmer schon wieder. Oh, jetzt hab ich dir Manna gegeben. Oh, nee. Danke. Lalalalalala. Oh, Alter, wie diese Tonie wieder rumspackt, ey. Das wär zwar nicht wirklich gewesen, auch irgendwie, gerne. Nein, du kriegst keine Manna von mir. Pot, pot, pot. Aber geht. Wo ist er denn? Da ist er. Ach, Schnurr weiß, kannst du nicht nochmal Manna. Scheiße, jetzt kam ich nicht mal zu, mal einen GK zum Ende rauszuhauen, ey. Verdammig. Wir haben... eine ID-Verkauf. Haben wir eine ID-Verkauf? Willst du das Zeug echt verkaufen, ey? Ach komm, fünf will er haben oder nicht haben. Was haben wir denn? Pass mal drauf. Wir haben den, äh, okay. Den Crit-Ring, okay. Gut. Oder haben wir noch eine Klasse? Wie schon eine Klasse? Ja, mein Kantor, aber eigentlich nicht wirklich. Ja, dein Kantor hat es jetzt mal gekauft. Stimmt, da war es schon ewig her, ey. Schon ewig, ewig her. Gut, wir machen aber kurz an dieser Stelle einen Cut, weil er liegt. Ähm, kurz mal hier Hände trocknen, wir schweißen und so. Nein, nicht wirklich. Äh, hören wir uns gleich wieder, wenn wir fertig sind mit dem Verkauf, was auch immer. Bis gleich. So, hallo Leute und willkommen zurück. Bei Baron Red LP mit Ion, Let's Play und den Gunner und den Baden. Genau. Ja, ja. So, wir sind fertig mit der Thames und machen jetzt uns rückkehrmäßig auf, ähm, wo bin es denn? Tier? Ja. Ja, wir haben die, ähm, den Ring an Mann gebracht für 5 Millionen. Wobei ich der Meinung bin, das war nicht nötig, derjenige, welche, brauchte das nicht. Eigentlich. Ja. Aber gut, wer weiß, was er damit wollte. Vielleicht wollte er uns was Gutes tun, mein Gott. Das war egal. Beschwerde ich nö, ne? Überall. Vielleicht, vielleicht dachte er, dass, äh, dass auch wir Aufnahmen nehmen. Wir brauchen's nötiger. Aber haben wir nicht. Haha. Mähmäh. Mhm. Wir brauchen's nicht nötiger, die 5 Millionen, das... Naja, gut. War einfach ein... War ein Trinkgeld, ein schönes. So, äh, kurz hoch machen. Ich brauch grad jeden Pfennig. Pfennig? Mhm. Arbeitest noch in D-Mark? Brauch jeden Pfengen, den ich kriegen kann. Wir machen Zapan-Quests oder Kampagnen-Quests. Halt da hinten. Ähm, und zwar machen wir Vertrauen zu den Raiden. Ne? Was find ich? Vertrauen zu den Raiden. Kampagnen-Zapan. Die zweite, die erste haben wir ja schon fertig. Ah! Vertrauen zu den Raiden! Vertrauen zu den Raiden! Komm jetzt hier, hier. Hm. Bewegt deinen Arsch. Immer! Was hast du nur ne Flugrolle geschmissen? Weiß kann! Darfst du seh' das nicht, oder was? Ja, dieses Gans soll noch passieren. Haha! Random rübergestülpert. Ja, ja. Ne, ich war grad in mein Inventar, hab versehentlich was geklickt, weil ich was schieben wollte eigentlich und... BING! War so drinnen. So, ihr kommt ein Video, aber das passe ich mal. Ich passe generell. Jaja. Oh, noch ein Video. Das Video könnt ihr selber angucken, wenn ihr, ne? Und so. Jaja. Also, in der Sicht. frühe Morgen. Die Videos sind zwar relativ interessant, aber... Ich spiel's bis heute ne, um was die Story hier geht und das will ich eigentlich garne. Doch, 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 doch. Ich schon. Ah, ein bissl war sauer. Pff. 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 So, rechts müssen wir. Rechts lang! Ah, das war ja so ganz mäßig hier. Ja, jetzt müssen wir in diesen Untergrundtempel da rein, oder wie heißt er? Naja. Naja, bis da in die Typsburen da alles killen und... Uhhh. War das nicht die zuerst schon? Ne. Sicher? Das... Ja. Naja. Die ersten... Die erste haben wir gemacht, wo wir hier hergekommen sind. Ah, stimmt. Das ist die erste. Stimmt, stimmt. Ja, aber das ist doch easy. Da können wir doch Glück haben, dass wir gleich als... Anhänger des Drachenbundes um ihren Anführer herauszulocken. Ne. Dann haben wir ein Problem weniger. Ne. Hat er mir gerade erzählt. Oh, hab ich hier drinnen mit Mage abgekotzt, wo er da noch keine Equip hatte, ey. Ja, ja. Am Anfang war das echt mies, so 55er Cap war das ja alles hier. Ah, ja. Das war echt... 50er Cap? Ne. Ne, 60er. Ab wann kommen wir was mit 60? Hier ist auch ne blaue irgendwo. Bei dir hier dann weiter leveln konnte es aus wie mit Icken. Der ist jetzt noch blaue Quest mit mir. Ja, eigentlich schicken nur so schnell wie möglich raus, da gehe ich doch lieber... äh... Questen dann in... Bums. Dingsbums. Dingsbums. Dingsbums, mhm. Dingsbums, dings... Dingsbums, linksbums, linksbums, rumsbums... Was? Was? Das hast du gesagt. Ja. Hab ich! Und ich schäbe mich nicht dessen! Bums sollte man wahrscheinlich sein. Was? Was? Hallo! Jugendsendung und so. Spiel ab 12 und so. Umso zeitiger, umso besser. Ich hoffe, der zählt auch für jeden mehr, ey. Wenn er denn mal auftaucht. Komm schon! Spawn, du Bob! Bäm! Unnötig! Unnötig! Was mach ich denn hier? Ich wollte den hier machen. Ich wollte nur grad hier maler ziehen. Ja. Ah, ich dachte, dass er wesentlich beim ersten Mal auftaucht. Jaja. Also beim Gladdy war das so. Beim Gladdy ist das Ding zum ersten Mal auftaucht. Und beim Kleriker auch nicht real. Na doch, ging eigentlich auch recht flink. Das wir unten warten, äh, hier oben, weil ich hab echt keine Lust da so weit reinzuholen. Ja, und dann wieder alles rauszulaufen und so, ich weiß. Ich weiß. Die machen schon noch recht damage hier. Recht viel. Geben auch ganz gut dp. Am Anfang gab's mal vier. Hinter uns. Bis bald. Ja. Erfahrener Drachenbund Kampfsportmeister. Na ja. So erfahren war halt aber auch nicht. Da ist er. Ne, ist er nicht. Doch, da ist er. 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 Das Dumme ist er spawnt ja auch hier. Bling. So. Ah, ich hab irgendwie im Bericht erhalten. Ein Bericht? Was ist ein Bericht? Ein Questgegenstand oder was? So. Oh, jetzt hört mal laufen. Aber, warte mal, ich muss mal gucken, ob da wirklich gezählt hat. Ja. Ah, gut. Ja, ja. Bei mir hat er gezählt. Dann laufen wir mal durch hier. Dann laufen wir mal durch hier. Scheiß auf die drei Mobs hier. Komm her. Der Karten Lack ist bestimmt nahm. Ja, genau. Wenn du das hier findest. Oh, man, ne, läd ich es oben. Komm her. Urgi hat schon wieder ein Geschenk noch nie. Ah, schalte. Dir die 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 die. Ding 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 Dam 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 Zugang zum Katamara Lies Vities B B Di 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 Ich hab auch derbe Abgefehlt mit Match Ja? Wieso? Na ja dann ach nochmal War doch kaum gekippt und dann da unten rein nur aufs Maul kriegt er Ah! Mit dem Cleary ging das locker und mit dem Gladi auch. Ja, Cleary, ja, Gladi. So, der erste Kampf fertig. Siehste, easy. Ich weiß gar nicht, was du willst. Okay, die nächsten zwei, drei werden ein bisschen blöd, glaube ich. Ist halt jetzt ein wenig Lauferei, aber das gehört halt dazu. Du, ne? Wirst du beschreut? Besser als irgendeine Quester-Reihe. Und die geben eigentlich eher relativ gut. EP. So, was nehme ich denn hier mal? Stopf, geht ja nur. Ist eh egal, weil ich das Zeug disse. Ich hab auch gleich mal Stopf genommen. So, was gibt's denn bei der nächsten Quest? Blau! So, ich disse hier schon mal. Blau. Ja, blau. Wow! Was hast du? Willst du nicht wissen. Ja. Was hast du? Ja. Gleichzeitig. Gleichzeitig? Okay, Arschloch. FNAF Another- Das war klar. Ich hole einenelia Hoh- Holololololololol Ja, trololol. Trololololol dich selber. Los komm zum Galadorf. URL. furryux flat noise. Was willst denn da? Wir müssen erstmal hoch. Wieso müssen wir hoch? Wir müssen zum Galadorf. , hat auch gerade gesagt. at warum wird er mir dann hier da angezeigt da ist ein Treffen mit dv und lieber ist da wo ich jetzt Kilos Prozent befeuchtet also frau Kilos okay doch warum das ist nach 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 jetzt ist das ganze ich war ja ich wollte schon mal schritt man hier nicht findet heraus was er will und komplett wenn dich zurück Prozent Gallagherdorf auch da oben nun wollen wir auch schweißen ist gut man muss man um wo ist nur es lang die jetzt runter ab wie jetzt Atom Himmelsfestung Nr halte ich nicht ehrlich gesagt und für die Milch die Haare die ist die schlechter war Was willst du denn da noch? E-Crip kriegen wir da nichts Vernünftiges. Und, und, äh. Ja. Ah, das geht doch jetzt nicht wegen E-Crip. Ja, und EP kriegen wir da auch nichts. Wann mal über Quest-Reihen, die ganzen Quest-Reihen schon alleine. Ja, okay, die Quest bringt eine Menge, das ist wohl wahr. Und ich wette, wir würden mit einem Level-Up rausmarschieren. Meinster, das glaube ich nicht ganz. Das sind noch, ähm, knapp 60. Ich hab mit 60 bis auf 61 da drin gemacht, also. Ja, aber es sind über 60 Millionen noch, die wir machen müssen. Fürs Level. Oh ja, dann laufen wir halt Atorams Himmelsfest, dong. Level. Nee, da müssen wir erstmal zurück und die anderen Quest machen wir jetzt. Jetzt gucken wir erstmal so. Äh, weil die andere Quest, die ist unten. Ja, dann müssen wir die Quest machen. Dann müssen wir hier erstmal hin. Dann gehen wir erstmal die Kampf fertig machen. Dann, äh, wo ist der? Da, sag ich doch. Oder wir gehen mal in die Stahlhose. Nee, was willst du denn du in der Stahlhose? Equip holen, zum Dissen. Ach. Oh, Schattel hat dann jetzt mal wieder Lacken. Hier doch fast Gold drauf. Damals, die manche gerne auch. Nee, der Scheiß. Na komm. Wir müssen hier raus und paar Mops klatschen. Ah ja. Diese dicken... Diese dicken... Ob, das ist jetzt wieder für jeden drin, äh, wenn er wäscht zum Neonazi. Was willst du hier? Jetzt schon zum Neonazi, ich find kein Mob. Hier sind doch noch keine Dauer. Kommt doch hier, ja. Da läuft einer. Da läuft einer. Und da links ist auch noch Jena. Halt mal hier nach dem Nemeth ausschauen, hier steht ein Nemeth rum. Wie soll er heißen? Oh, will ich jetzt... Lute ist ganz aufluten. Ja. Da ist so ein ganz hässlichen Lute, hat er... Ach, die, Chris, das ist... Ja, ja. Ach, die geht doch. Ja, ja. Vielen Dank.